Alter ich sehe gerade so geile Scheiße einfach nur. Den anderen Turm haben wir ja auch noch. Ach du Heiligen haben wir ja auch noch. Hö, was ist jetzt hier? War ich hier drin? Äh, soviel dazu. Lol. Nö, fertig, lass ich mal irgendwo. Ach Leute, hier war ich jetzt. Äh. Oh Gott, Wolken, ich hab Wolken an. Clouds off. Kein Mensch braucht, braucht Wolken. Was von? Äh. Boom, boom. Okay, hier passt überhaupt nichts mehr rein. Äh. Das tausche ich dann mal aus. So, und dann öffne ich mal das hier. Weil, das brauche ich nicht. Äh. Äh. so. Der hier ist fertig. See. See, I set right. See, I set right. See, I set right. Und dann habe ich noch was gesehen auf der Karte. Das ist jetzt hier. Genau. Gegenüber. Okay, das ist auch nichts. Oh, lololaschenturm. Ja, komm, den machen wir jetzt. Oh, Mama. Oh Gott. Oh, Gott. Okay, der Kapselnleck, warum auch immer. Was ist denn das? Das ist ein Pinguin! Hö, das ist nichts drin. Fahrze! Wir müssen mich fahren, hier. Hö, lol. What the fuck? Ist hier was drin? Ja. Da ist was drin. Sehr gut. Alter. Ich glaube, irgendwie bin ich da, dann. Dazu dumm zu. Äh, irgendwas zum Bauen. Ich sag irgendwas zum Bauen. Ich sag irgendwas zum Bauen. Äh, irgendwas zum Bauen. Äh, irgendwas zum Bauen. Ah, irgendwas zum Bauen. Gute. Ah, eins. so und so hier ist schon weg äh, brauche ich nicht so so äh, brauche ich nicht herzinfarkt herzinfarkt gut, erstmal was trinken puh puh, puh, puh so so, eine Spinne die macht, oh, die macht man Abgang wollte ich gerade, wollte ich gerade schon sagen oh Gott, das ist ja nur ein Sport so, hallo Spinning oh, kann da auch mal was gescheitzt drin sein hier der Maga hä, okay, das ist kein Endboss find ich gut aber das ist ein Evil Chicken aber das ist ein Evil Chicken das kann ja nicht wahr sein so äh, das ist da bitte hier und wir müssen jetzt zu äh, 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 ließen lauteste kaputte Türme da der Spannloten, aber was zu messen wow eine Spinne man, nicht so gut äh, 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 ich brauch mal einen Helm ein Niederhelm gut Pinguin der macht sogar Geräusche finde ich gut wie das ist einfach mal so in der Welt gespawnt wird, das ist echt warte, macht der Bogen, wenn er voll aufgezogen ist macht 20 Schaden das ist auch geil jetzt muss ich den ganzen Turm wieder machen aber ich fand den Turm eigentlich recht interessant vor allem weil man es davor noch nie gesehen hat und weil man es ja dann zum ersten Mal macht fand ich ihn eigentlich richtig cool aua, wer schießt da? du da warum du schießt mehr auf mich? oh, oh ok, die hocken sich alle hin ok, doch nicht ok, ok ok, ok solange nicht so viele Arzt schon dabei sind schon mal alles recht wenn ich erstmal was essen muss weg mit dir immer weg mit euch boah, ne, jetzt ist da wieder so ein scheiß behinderter Typ Typ der Slowness fuck Alter, die machen mir einen Herzbeschlag oh oh das ist jetzt traine ich auch mal meine Bogenskills jetzt traine ich auch mal meine Bogenskills Bis zum nächsten Mal.